Yeah! Das Datum der Erstausstrahlung dieser Mi-Nachrichten war der 26. Februar 2022. Gerüchten zufolge hat Peper ihren ersten Botengang erfolgreich zu Ende gebracht. Peper war noch nie allein auf einem Botengang unterwegs. Gegner der Aktion argumentierten, ist sie nicht zu jung dafür? Aber Pepe konnte alle Zweifler mit einem zuversichtlichen Ich-Kriege-das-schon-hin überzeugen und wurde schließlich mit dem Botengang getraut. Sie wurde zwar von Hunden verfolgt und hat außerdem das Wechselgeld an der Kasse vergessen. Aber den Botengang konnte Pepe erfolgreich abschließen. Wir haben einige Inselbewohner nach ihrer Meinung gefragt. Genau das wollte ich hören. Nein, ich möchte nicht im Fernsehen zu sehen sein. Ich habe nichts verbrochen. Danke fürs Zuschauen. Ich bin Kidsboy. Der 26. Februar war das Sendedatum dieser Mini-Nachrichten.